Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, Luke Mockridge ist verliebt in Südtirol. Der deutsche Komiker Luke Mockridge kommt nach einem Aufenthalt in Südtirol aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. In einem Facebook-Post beschreibt er seine Erlebnisse und lässt sich mit einem Eselchen ablichten. Der Komiker posiert mit einem Eselchen, wie im folgenden Foto zu sehen. Nachdem er in diesem Jahr bereits das DFB-Lager in Epan gecrasht hatte, um die Spieler zu treffen, ist das Fernsehgesicht erneut in Südtirol gewesen. Seiner Oma erzählte er in lustiger Sprache begeistert von seinem Urlaub. Hallo Oma, Südtirol ist toll, Essen ist lecker, ich habe viele neue Freunde kennengelernt. Heute war Regen, das war aber nicht so gut, aber egal. Mama und Papa sind auch gut drauf, Papa trinkt viel Bier, wird laut und dann handgreiflich, das ist dann nicht schön. Aber hier ist ein Esel, ich habe ihn Hope genannt, wegen Hoffnung. Freue mich wieder auf dich und deine Pfannkuchen nach der Schule. Hab dich lieb, dein Luki.